Ja, das ist gut. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein gutes Gefühl. Wenn du die Bruder hast, die an die Pfanne hier, dass du es noch nicht siehst. Wenn sie die Bruder hast, die hast... ... dass du es noch nicht siehst. Jetzt weiß sie, was sie ist. Jetzt weiß sie es ja. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Du bist gleich für die Heli, oder? Ja, was heißt so, Pfanne zu? Nein. Das ist eine Marke. Keine Ahnung. Ich kann ja jetzt nicht umarmen. Das ist wirklich. So. Obwohl sie in der Pfanne ist, ich weiß nicht, was wir hier haben. Meine Gänsehaut schon wieder. Die Schwiegerei muss jetzt von dir führen. Was hast du gemacht? Du! Das ist super. Danke euch! Danke euch! Danke euch! Danke euch! Nein! Nein! Danke euch!